Interaktion und Beteiligung schaffen in digitalen Formaten, das ist eine wichtige Sache und auch eine große Herausforderung. Hier sind wir natürlich auf Tools angewiesen und wir müssen sicherstellen, dass diese Tools auch niederschwellig sind, sodass die Zielgruppe diese auch anwenden kann. Ich möchte hier ein Collageboard, ein kollaboratives Collageboard vorstellen, Strange Gun, und wie das funktioniert, was man damit machen kann, zeige ich euch in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht kennt ihr das ja auch, ihr habt eine digitale Veranstaltung und kurz vorher kommen schon die ganzen Menschen in die Videokonferenz rein und es entsteht so ein bisschen unangenehm, ist stille, keiner weiß, was zu sagen ist und hier fehlt eine gemeinsame Aufgabe. Das ist auch eine große Chance für die Moderation, die Menschen zu aktivieren, auch schon mal einen Gruppenprozess in Gang zu setzen, vielleicht auch in Form von einer kleinen Vorstellungsrunde. Das funktioniert hervorragend mit Strange Garden und dieser Dienst, der ist kostenlos unter der Webseite Strange.garden erreichbar und das Erste, was ich jetzt erstmal mache, ist eine Veranstaltung anlegen. Das heißt, Topic, das ist dann jetzt hier meine Veranstaltung, dann sage ich jetzt hier, ich nehme jetzt einfach mal ein Barcamp, was ich jetzt hier vorbereite. Ich habe die Möglichkeit, auch ein eigenes Hintergrundbild von meiner Festplatte hochzuladen und kann dann sagen, ist der Garden privat oder nicht und kann auch einen Timer mit einstellen. Timer ist mal sinnvoll, wenn ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein Collage-Prozess, der dauert eine Viertelstunde, kann ich ja auch in Form von einer Gruppenarbeit zum Beispiel online nutzen und dann sieht auch jeder, wie viel Zeit noch zur Verfügung steht. Ich klicke auf Create und kann jetzt mit Open the Garden im Prinzip das Board zur Bearbeitung freigeben und in dem Moment läuft auch hier links unten der Timer. Das ist jetzt das Browserfenster, was ich freigebe, was jetzt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen. Und in der Mitte ist jetzt der QR-Code und den gilt es jetzt mit einem Smartphone zu scannen. Das machen wir jetzt mal. Ich blende mein iPhone ein, ich gehe auf den QR-Code, werde jetzt erst mal gefragt, darf Strange Garden auf meine Kamera zugreifen, sage ich erlauben. Und ich stelle jetzt zum Beispiel die Aufgabe, stellt euch vor mit einem Selfie und einem persönlichen Gegenstand. So, ich wähle jetzt erst mal die Frontkamera und mache ein Selfie von mir. Jetzt sieht man, die Datei wird bearbeitet. Ich wähle jetzt die Rückkamera und nehme natürlich meine Kaffeetasse, leider schon leer, mache nochmal ein Foto. Auch hier wird bearbeiten. Hier kann ich jetzt einige Fotos machen. Und das Besondere ist jetzt diese Bilder, die werden jetzt automatisiert freigestellt und in das Board eingefügt. Jetzt muss ich mal gucken, hinter mir bin ich jetzt erschienen. So, und hier ist meine Kaffeetasse. Kann man jetzt auch frei verschieben. Und so hat jetzt jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin die Möglichkeit, ich sage mal, Bilder zu machen, thematische Fotos zu machen mit Smartphone und die werden kollaborativ in diesem Collageboard auch dargestellt. Ich finde, das ist ein ziemlich cooles Tool, weil es ist barrierearm, es ist leicht nutzbar. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen wissen, was ein QR-Code ist, wie man den bedient, müssen auch in der Lage sein, also ein QR-Code-Reader haben, wenn das Smartphone das nicht automatisch macht. Aber wenn das erst mal geklärt ist, ist da unheimlich viel Potenzial für kreative Gruppenarbeit, für Vorstellungsrunden und so weiter. Jetzt ist die Frage, kanntest du das Tool schon oder kennst du vergleichbare Tools? Lass uns mal darüber diskutieren, da würde ich mich total darüber freuen. Bin auch sehr, sehr gespannt, mit was für Eingangstools oder du zum Beispiel auch arbeitest. Schreib das in die Kommentare, lass uns darüber diskutieren. Ansonsten eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.